moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zur weiteren folge call of the sea und wir befinden uns auch in kapitel 3 haben jetzt hier den strom geschaltet und müssen einfach mal gucken was wir jetzt machen können schleichen die schlechte auch ganz gerne die gute frau wir gehen mal zurück zu den zudem dachte das könnte man auch sammeln kann anscheinend nicht ist auch nicht so gut überall strom angestellt hier haben wir schon geguckt aber nicht wirklich das gefunden wir gehen zurück zu den hütten ich weiß mich auch nicht genau was wir da machen können mein gott ein bisschen schneller können sie trotzdem sein dass sie sehr träge finde ich so dumm die dumm die dumm ich habe gar keine angst strom hatten wir schon überall angeschaltet hier hier ist auch kein strom an wie kein strom angeschaltet das gerät wahrscheinlich kann man darüber gehen jetzt auch ein bisschen heller sehr gut wir waren ja schon hier drüben aber er war ja schon oben ja trotzdem mal gucken was geht jetzt okay zeitlevels mischermans harry everhard ok ok symbol haben wir schon mal gesehen erstens sind sie oben bei diesen schaltern an den wänden dran und zweitens hatten wir das nicht auch aufgemalt denn da auf dem darf den tastatur ok ok es geht wahrscheinlich um die doch da und ein monster das war es wahrscheinlich na gut kurz zurückgehen ach so ich glaube das ist jetzt aufmalen muss ja das wird ja wahrscheinlich die gezeiten sein also ob hier erbe oder flute ist aber aufzeigen tut sich nichts davon jetzt muss ich das anders schon okay schade ich da sie würde sich das endlich speichern ein bisschen das ist echt blöd das ist schon ärgerlich muss ich mir alles selber merken ich habe noch nichts mit anfangen so richtig habe ich es auch kann es mehr zu notieren gerade wir warten mal ganz kurz auf was ist das denn da ein kalender was sagt denn der kalender der kalender sagt uns vielleicht ja was über die gezeiten kapitän hodgson told me that knowing the lunar cycles is useful for better navigation at night so harry probably took this calendar from the lady shannon ok ok wenn er das weiß dann weiß er ja auch wann die gezeiten sind und wann denn das alles dazu gehört das hat mir schon gelesen das hat mir schon abgemalt aber hier das klavier geht ja jetzt ist der strom ist an ok ok sie mal die ganze zeit auf ok das heißt sie schreibt alle töne von unseren dingen auf ok 3 11 4 15 da ist der gezeiten kann dann hat sie auch eingemalt ach die zahlen da oben warte mal 262 brauchen wir wie kriegen wir 262 zum beispiel 2 das ist 262 ok steht auch da drauf 262 349 und 415 also das sind die erste die vierte und die schwarze ok probier mal aus die die und die ich dachte das ist da haben wir irgendwas ich dachte das ist da haben wir irgendwas es ist so verliebt wenn den typen ist nochmal so warte mal zurück müssen wir jetzt glaube ich irgendwie echt notieren aufschreiben tut er es nicht das ist ja auch riesige steine wellen drücken luftdurchstellen ok das ist das gut dann haben wir alles durchsucht hier ne was kann ich mit der orgel machen kann nur interagieren aber hier stehen auch alle sachen drauf da oben hat er ja die töne rausgefunden die ich gemacht habe um dieses nichts zu bekommen das heißt diese drei töne sind das da oben und unten auf dem klavier sehen wir welche symbole das sind dass diese symbole kann man vielleicht bei der orgel oben einstellen der steinaugel oben und dann spielt das vielleicht dann muss man dass ich hier wo die steinaugel war weiß es nicht mehr hier war das nicht kommen dass dieses dem hier ding dahinter hier war das nicht und schon mal an einem weg finden das war dann da draußen wenn wir noch mal runter und auf die andere seite rüber gar nicht runter da hängen wo noch mal hinkommen weil so gucken wir uns das nochmal an da wo man hochgehen konnte muss ja irgendwas damit zu tun haben wenn wir uns anschauen kommen glaub nicht na schon gut dann mal hier oben und das blend doch gar nicht das licht das sieht ja nicht auf haben wir mitgekriegt aber vielleicht kriegen das auf wenn wir diese finger klicken also müssen wahrscheinlich die richtigen symbole anhaben nur ein symbol war ja hier das ist ja das ist jetzt an oder ist es aus ich glaube mal so ist es an würde ich behaupten wir lassen es mal so und hier das ist die platte kann natürlich sehen das ist die platte die 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 halbmond kram da aufzeigen gut gut und wir müssen nicht hier gucken welches symbol hat man noch 349 das ist das raute symbol das ist es nicht das ist auch nicht hier das heißt jetzt ist glaube ich auf jetzt kommt da luft durch ne jetzt ist zu okay warte mal dann machen wir das anders gehen das jetzt auch auf das soll ja auch auf sein das haben wir zugemacht genau das war hier noch so ein Ding ne genau da geht es das im Symbol da geht es das kurz gucken brauchen wir das ja das ist die 415 die bleibt auch auf perfekt und hier das ist das ist das ist die 349 die bleibt auch auf die ist zu also eigentlich alles richtig ist jetzt wenn du hier geht es auch runter hier bin ich noch gar nicht gegangen guck mal auf zu ich weiß nicht guck mal da ein sie ha ok warte mal jetzt macht das durch mehr sind wir noch mal zurück zu den dingen glaub ich weil zeigt uns die gezeiten jetzt haben natürlich alles eingestellt dann müsste das ja jetzt das wäre das zweite das ist das was auch möglich damit hatte was zu tun die gezeiten aber jetzt muss der durch ein bisschen nach dem fall auf der falschen fährte es bleibt auch hier war eine idee denn wir müssen noch mal diese anderen dinge angucken da die anderen symbole und ich glaube das ändert sich ja dann wenn man es ändert sich ja dann wenn man ja desto schwieriger wasser also ist so nicht schlecht desto anders der wasserstand ist desto mir ändert sich das glaube ich dass er schon jetzt auf die pegel zwei oder drei ist dann ändert sich das ich bin ganz schön weit laufen es nervt mich auch ein bisschen es tut mir leid das geht dazu da hinten also der projekte und das war jetzt passt es auch mit dem anderen sachen zu das haben wir schon gesehen dass sie aufgemalt haben okay der wasserstand stand er ist ja jetzt bei bei dem anderen vielleicht müssen wir dahin erst mal ich denke das ist der right man genau und jetzt kann ich mir vorstellen dass die symbole oben sich verändern zu den symbolen da unten kann das sein das heißt dass jetzt das symbol mit der raute da in der mitte jetzt das andere symbol wird und die anderen symbole halt auch dass die halt immer ändern zu dem was da ist könnte ich mir so vorstellen würde für mich sinn ergeben aber kann ich auch voll daneben liegen ja okay wenn wir das haben dann könnten wir doch jetzt noch mal da hoch gehen und das einstellen mein gott was für eine rennerei ne aber das müsste es doch jetzt sein ein riesengebiet dafür dass man so wenig machen kann oder so wenig machen muss wie schon krass aber dahinten schon mal haben wir hier gefesselt ja gut wir haben noch zurück gucken ob wir da irgendwie jemanden finden ob wir das mit dem boot da finden und wo drinnen brauchen wir nicht mehr rein das ist schon also schon ein bisschen normal schnippelig ne da muss man schon hier da können die drei fragen sich an gut helfen ich weiß noch nicht mein kopf stimmt die idee irgendwie aber man weiß ja nie wie das ist wenn man da gerade unterwegs ist das noch so ist nicht ob man aber nur quatsch im kopf hat mitsch 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 die tür gehen ja auch müssen sie die richtung was ist das eigentlich ach so es ist noch angeleuchtet gut wir probieren es mal diese orgel muss ja damit irgendwie funktionieren ich weiß es auch nicht es ist echt schwierig neumond ist am siebten und vollmund ist am 21 das ist jetzt natürlich nicht so genau keine ahnung vollmund aufmachen das wird es wahrscheinlich nicht sein wenn man in unser tagebuch guckt dann hat sie ihr wasser eingetragen wir bleiben noch kurz zurück siebter november also da wir wissen dass der siebte november ist müssen wir ja mond 14 einstellen also neuen mond einstellen machen wir mal mit dem zu machen also und noch ein so wir sehen uns unsere symbole mal angucken also aber geh mal hier rein hier war das erste symbol so das ding also das ding muss auf jeden fall oben sein das ist schon mal richtig wie man sieht denn dieses raute symbol verwendet sich in das andere symbol ok machen wir dann was ist das für ein symbol hier wir brauchen wir brauchen ja ok das ist zu das sind doppelpunkte die brauchen wir gar nicht ne die brauchen wir gar nicht hier ist das das symbol welches ist das das wird das brauchen wir auch nicht also zu das das brauchen wir ja stimmt das brauchen wir aber das symbol gibt es ja in dem sinne nicht mehr es ist ja jetzt boah ich muss kurz überlegen das symbol ist ja jetzt das mit den doppelpunkten das heißt das hier können wir zulassen ok warte mal wir nochmal hier gucken das symbol mit den doppelpunkten das müssen wir jetzt nutzen weil es das symbol ist das wir haben sollen ok ok also ist das auf genau dann müssen wir hier drüben mal gucken ach kann ich hier rüber laufen ok dann gucken wir mal hier wir brauchen noch das raute symbol das brauchen wir eigentlich aber das gibt es ja auch nicht mehr das ist ja jetzt zu depo geworden also das kann zu und hier drei punkte das ist ja ein symbol das drei punkte gibt das haben wir das ist das gewesen das haben wir auch das ist jetzt das ist das hoch und runter ok jetzt kann es zu bleiben die treppen runter und das brauchen wir das muss auch das kann ich noch eins ne war keins mehr aber man sieht jetzt haben wir richtig den tegelstand wir haben auch den neuen und eingestellt und jetzt müsste uns ja irgendwas hier präsentiert werden das funktioniert oder? nicht jetzt verkehrt gucken wir mal ne äh das stimmt trotzdem nicht wir haben hier oben fünf stück jetzt haben wir sechs symbole oder es fehlt dann noch ein siebtes wo ist denn das siebte? warte mal wir haben hier eins zwei eins zwei vier drei vier fünf 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 da hoch ist das letzte wir haben noch hier auf den Dingern sind noch sieben Symbole und wir haben das haben wir eingetragen hier drüben ist kein anderes und dann haben wir noch eins hier unten runter und dann haben wir hier alles vorbeigelaufen das muss ja noch eins geben, hier gibt es ja noch fünf, es muss ja sechs, es muss ja sieben geben ach hier nochmal runter, ok, hab ich gar nicht gesehen, also was ist das für uns? das brauchen wir nicht, ne? ne, mach zu ist das jetzt anziehen? yes ok kann man sagen was man will? das habe ich noch fein hinbekommen was uns da wohl erwartet werden wir erst beim nächsten mal erfahren hoffentlich seid ihr dabei, freu mich auf euch und ja, vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal, bis daheim, tschüss! und bis zum nächsten mal! Untertitelung des ZDF, 2020